Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und heute heiße ich euch willkommen zum 23. Januar, dem Tag der Handschrift und natürlich auch zu einer kleinen Vorstellung eines Schreibgerätesets. Um welches sich es genau handelt, schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar ein Set der Firma Hahnemühle. Die Firma Hahnemühle wurde im Jahre 1584 als Papiermühle gegründet und stellt seitdem auch Papier her. Bis heute und ist 2021 mit der Fine Notes Serie gestartet, die neben Schreibpapier, also den Notizbüchern, die auch noch vorgestellt werden, eben auch Schreibgeräte. Und heute schauen wir uns die Bold Edition an. Genau, öffnen wir mal die schöne Box, wo einmal Hahnemühle draufsteht. 1584 mit dem Firmenlogo und Made in Germany. Und dann sehen wir hier auch noch mal das Logo drin und hier die drei Schreibgeräte, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Ich lege die Box mal beiseite und dann schauen wir, was uns hier erwartet. Wir fangen natürlich mit dem Füller an, gehen dann über zum Tinnenroller und abschließend dann zum Kugelschreiber. Genau, die Bold Edition ist neben der Originals First Edition und der Originals Slim Edition auf den Markt gekommen und stellt einfach, wie der Name schon sagt, Bold. Also man hat wirklich was in der Hand. Es ist schön angenehm schwer und die Verarbeitung sage ich euch jetzt schon mal sehr, sehr schön. Aber wir schauen uns den Füller erstmal von außen an. Wir haben auf der Oberseite einmal das Firmenlogo Laser graviert, also hier der Hahn. Dann haben wir einen wunderschönen Clip, der federnd gelagert ist, also den man auch wirklich nutzen kann und der nicht nur als Rollstop gilt. Dann haben wir hier einmal Hahnemühle, auch wahrscheinlich Laser graviert würde ich sagen. Sehr, sehr schön, fässt sich super an. Wir haben als Material Edelstahl matt, wie man sehen kann. Das heißt, kein Fingerabdrücker. Sehr, sehr schön. Und sonst sind wir unten, haben wir nichts weiter drauf. Sehr schlicht gehalten und wie gesagt, wie er da liegt, einfach schon wertig. Er nimmt den Raum ein, er nimmt Platz ein und das ist auch gut so. Das passt eben zu diesem Aussehen. Er ist wertig und ist präsent. Er zeigt sich, er muss sich nicht verstecken, ist trotzdem schlicht gehalten. Alles weitere sehen wir gleich. Die Kappe ist geschraubt. Können wir mal schauen, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Ungefähr eine Dreiviertel bis eine Umdrehung. Und hier haben wir dann auch schon den Zustand ohne Kappe. Wunderschönes Griffstück. Schön lang, schön ergonomisch geformt, wie man sehen kann. Das heißt, hier schmiegen sich die Finger wirklich an. So fühlt sich das gut an und so kann man auch wunderbar schreiben. Bevor wir uns aber die Fehler genauer anschauen, kommen wir einmal zum Gewicht. Logischerweise ist jetzt der Converter, der übrigens mit geliefert wird, schon befüllt. Das heißt, wir schauen uns das Gewicht mit Tinte an. Wir haben ein Gesamtwicht von 55,78 Gramm. Also wirklich richtig massiv. Die Kappe nimmt davon alleine schon 22,86 Gramm ein und der eigentliche Korpus dann den Rest 32,91. Also da hat man definitiv was in der Hand und das merkt man. Und das ist sehr, sehr angenehm. Gerade mit dieser Wertigkeit. Und das fühlt sich einfach gut an. Das fühlt sich richtig an. So soll es sein. So, schauen wir uns die Feder einmal an. Und zwar, es handelt sich hier um eine 18 Karat, wie man sehen kann, Goldfeder in der Federstärke M. Diese gibt es auch in der Federstärke F und B. Dann auch hier der Hahn einmal drauf. Also das Firmenlogo 1584. Und ansonsten ist diese Feder schön neutral gehalten. Die Feder wurde hergestellt von der Firma Jovo. Und jeder, der die Qualität der Jovo-Federn kennt, weiß, was wir da erwarten können. Schauen wir mal dann uns das Füllsystem einmal an. Wie gesagt, Converter wird mitgeliefert. Ist auch mit Hahnemühle einmal gebrandet. Als Farbe habe ich Ancient Copper drin. Und genau, den Rest sehen wir auf dem Papier. Ich muss sagen, das Gewinde ist super verarbeitet. Es gibt kein Quietschen. Es ist einfach ein ganz, ganz sauberes, ein sauberes Gleiten schon fast darüber. Natürlich relativ viele Umdrehungen, soll aber nicht stören. So oft muss man ja da nicht dran. Das ist soweit das Äußere. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal eine kleine Schreibprobe an und ein Größenvergleich natürlich. Ich würde fast sagen, wir machen erstmal den Größenvergleich. Also hier einmal die Bold Edition im Vergleich der Pelikan M200. Gutes Stück natürlich kleiner. Dann der Lami Safari. Ich würde fast sagen, ein bisschen größer ist er genau. Der Twist Bico natürlich. Ein Standardfüller, den man zum Vergleichen immer gut nutzen kann. Der ist noch ein bisschen größer. Und dann nehmen wir noch den Otto Roth Design 04 dazu. Der ein bisschen kleiner ist als die Bold Edition. Guter Füller, wie man sehen kann. Wir können uns auch noch den Lami 2000 und den Diplomat Excellence dazu angucken. Und der Diplomat Excellence A2. Wie man sehen kann. Ja, also er hat eine gute Größe und ich denke, mit der Größe kommt auch jeder klar. Dann kommen wir zur Schreibprobe. So. Also, wir haben hier die Hahnemühle Bold Edition. In der Federstärke M. Als Farbe haben wir Diamond Engine Körper. Wie gesagt, die M ist natürlich in 18 Karat Gold. Und das merkt man. Die Feder sinkt ein wenig. Man hat ein wenig Strichvarianz. Da kann man durchaus was rausholen. Auch mit wenig Druck, den man zusätzlich ausüben muss. Der Tintenfluss ist sehr, sehr angenehm. Nicht zu feucht, nicht zu trocken. Perfekt, um damit ein paar Seiten füllen zu können, ein paar Briefe schreiben zu können. Ideal. Ähm, genau. Top Overwriting. Wie man sieht, funktioniert auch. Die Feder sinkt ein wenig, was typisch für Goldfedern ist. Zumindest für Goldfedern, mit denen ich bereits gearbeitet habe und arbeiten durfte. Ähm, ja. Strichvarianz ist da. Der Tintenfluss ist sehr, sehr angenehm. Und die Kappe ist aufsteckbar. Also, wem das Gewicht von dem Füller an sich nicht reicht, kann auch die Kappe zusätzlich noch benutzen. Ich brauche es jetzt persönlich für mich nicht. Genau. Das soll der Füller einmal gewesen sein. Dann gehen wir natürlich über zu dem Tintenroller. Auch den schauen wir uns einmal kurz so an. Designmäßig eins zu eins das gleiche. Also äußerlich nichts zu unterscheiden. Da war ein bisschen Staub drauf. Genau, Clip auch hier fehlend gelagert. Träber auch alles ganz normal. Nur hat man dann hier eben eine Tintenrollermine drin. So sieht die einmal aus. Also sehr, sehr schön gebrändet und in der Farbe schwarz, wie zu erkennen. So, die machen wir wieder rein und drehen das Gewinde wieder zu. Und dann kommen wir auch hier natürlich noch einmal zum Gewicht, dass ihr euch da ein Bild machen könnt. Tintenroller, ja, für mich jetzt natürlich nicht die erste Wahl, dass ich einfach Füller mehr präferiere. Aber auch Situationen, in denen man mal einen Tintenroller braucht, die werden auch vorkommen. Gewicht mäßig gesamt 56,49 und ohne Kappe liegen wir hier bei 33,87. So, wage wieder beiseite. Und Größenvergleich können wir uns so ansehen. Das ist die gleiche Größe. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch nicht nochmal extra einen Größenvergleich machen. Hier haben wir einmal auch die Hahnemühle. Old Edition. Wunderbar, hier in der schwarzen Mine, also das heißt, man sieht das, ist natürlich typisch Tintenroller, traugnet, relativ zügig. Und, ja, Strichstärke finde ich gut. Also damit kann man auch relativ klein schreiben. Also, wunderbar, sowohl für kleine Notizen, als auch vielleicht Leute, die damit auch gerne längere Texte schreiben. Durchaus geeignet dafür. Das heißt, auch der kann so weit beiseite. Und was wäre ein Schreibgeräteset ohne natürlich noch den dazugehörigen Kugelschreiber? Und auch den haben wir hier. Den schauen wir uns auch einmal gewichtmäßig an. Hier gibt es ja keine Kappe zum Abschrauben. Das heißt, den müssen wir uns so anschauen. Und das machen wir auch. Wir liegen hier vom Gewicht bei 58,20 Gramm. Also, wie gesagt, auch hier ordentliches Gewicht. Größtenteils nach hinten gelagert. Ist ein Drehkugelschreiber. Das heißt, geht sehr sanft. Kein Problem. Öffnen geht dann in die andere Richtung. Auch hier das Gewinde wieder 1a verarbeitet. Ich kann bei der Verarbeitung grundsätzlich keine Kritik ausüben. Hier nochmal die Beschriftung der Mine. Ich kann, wie gesagt, grundsätzlich keine Kritik ausüben bei der Verarbeitung. Die ist 1a, so wie man sich das Ganze wünscht. Und denke ich auch erwarten soll, wenn man natürlich das Geld dafür ausgibt. Preislich übrigens komme ich zum Schluss nochmal dazu. Das heißt, da müsst ihr noch einen Moment dranbleiben. Vom Größenvergleich hier sind wir ein bisschen größer. Genau. Und dann kommen wir auch hier natürlich zu einer Schreibprobe. Also einmal aufdrehen. Und dann kommen wir zum Schreiben. Wir haben hier eine relativ softe Mine drin. Das heißt, ihr müsst nicht aufdrücken. Ihr könnt das einfach ganz leicht übers Papier führen. Und der Schreibt trotzdem. Also wunderbar. Richtig schön soft. So macht das Spaß. Und so macht auch mal der ein oder andere Kugelschreiberstrich Spaß. Auch für uns Föllerfreunde. Die ja sonst eher nicht Kugelschreiber bevorzugen würden. Aber so geht das auch wunderbar. Das heißt, ihr müsst keinen Druck ausüben. Sondern könnt einfach so schreiben. Und ja, sehr, sehr angenehm. Und auch hier natürlich die Farbe schwarz einmal vertreten. So. Was natürlich bei dem Föller gefehlt hat. Ich verzeihe. Natürlich den Föller einmal nehmen. Der Quick Brown Fox. Den habe ich vergessen. Den holen wir jetzt noch fix nach. Die Feder schreibt wirklich sehr, sehr angenehm. Das Singen sollte natürlich nicht stören. Wenn euch das stört, ist der Föller wahrscheinlich eher nichts für euch. Aber mich stört das jetzt nicht. Ich finde das sehr angenehm, wenn man da ein bisschen Feedback von der Feder erhält. Die kratzt nicht. Die hat auch, finde ich, jetzt nicht so starkes Feedback. Schreibt sehr weich. Das Einzige, was man halt hört, ist das Singen von der Feder. Genau. Das sind die drei Schreibgeräte, die ich euch vorstellen wollte. Und jetzt natürlich abschließend und passend zum Thema Tag der Handschrift werde ich noch ein bisschen Worte darüber verlieren. Viele, die jetzt zum Beispiel auch wie ich größtenteils am Computer arbeiten und auch vielleicht während ihrer Klausurenphase oder sowas darüber lernen und alles so mit dem Computerwett geschrieben haben, werden das, denke ich, merken, dass man, wenn man das nicht selbst mit der Hand einfach nochmal schreibt, dass man sich das einfach nicht so gut verinnerlicht. Und deswegen bin ich ein großer Fan der Handschrift, einfach weil die auch Menschen ausmacht. So die Handschrift sagt viel über den Menschen aus. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Aber handschriftliche Notizen und auch mein handschriftlicher Brief hat einfach was, was ja was unersetzbar ist. Es prägt sich mehr ein, wenn man Sachen mit der Hand schreibt. Und man hat auch mehr davon. Es ist irgendwie, ja, man kann nicht einfach auf Löschen drücken wie am Computer und dann ist es weg, sondern man hat es verewigt auf einem Blatt Papier. Das kann jetzt entweder natürlich durch eine Tinte sein, die nicht wasserfest ist, aber auch durch eine Tinte wie zum Beispiel Rohraumklinger Salix, die sehr, sehr wasserfest ist. Das heißt, es bleibt wirklich für immer da. Natürlich könnt ihr das Blatt zerknüllen und in den Papier Müll werfen, aber es ist trotzdem da. Ihr habt euch verewigt damit. Und deswegen ist die Handschrift eines der wichtigsten Sachen, die heutzutage noch existieren. Die Handschrift ist einmalig. Jeder Mensch hat seine Handschrift, die durch ihn geprägt ist und die auf ihn zurückzuführen ist. Es gibt ja extra Wissenschaften, die sich mit der Handschrift beschäftigen. Und deswegen ist die Handschrift wirklich eins der Sachen, die man nicht verlieren sollte, die man immer weiterbilden sollte, die man weiterführen sollte. Einfach, dass das nicht verloren geht. Viele Notizen wurden damals einfach handschriftlich übergeben. Und so ist es ja auch heute. Also viele Geschichten wurden handschriftlich übergeben. Die wurden geschrieben und dann wurden die an den Nächsten weitergegeben und so weiter. Und dann, so ist ja Geschichte entstanden, damals mit dem Buchdruck. Und so hat sich das weiter, weiter gezogen. Ja, ich meine, die meisten lesen immer noch Bücher, die irgendwie gedruckt wurden. Und bevor die irgendwann mal gedruckt wurden, wurden Bücher noch per Hand geschrieben. Und das darf man nicht vergessen, in der Handschrift steckt eine ewig lange Tradition, eine ewig lange Geschichte, die faszinierend ist, ja. Also man kann da viel drüber lesen. Es gibt extra Bücher über Handschriften. Und ja, nicht nur das lateinische Alphabet, was wir jetzt auch wie hier schreiben, sondern auch Sütterlen-Schrift zum Beispiel oder andere Handschriften, auch aus anderen Ländern. Da steckt so viel Tradition dahinter, dass man das meiner Meinung nach sich mal wieder in das Gedächtnis rufen sollte. Und das muss nicht mit einem Füller sein, das kann auch mit einem Tintenroller oder mit einem Kugelschreiber sein. Aber die Handschrift ist, ja, ist was Besonderes. Und das sollten wir alle schätzen. Und deswegen ist es gut, dass es so einen Tag wie den heutigen 23. Januar gibt, den Tag der Handschrift, dass man sich das einfach mal wieder ins Gedächtnis ruft und ja quasi merkt, was wir da für eine Geschichte quasi mit uns tragen. Und wir können die Geschichte weiterführen, wenn wir uns einfach daran beteiligen, wenn wir handschriftliche Briefe schreiben und so weiter, das einfach im Leben erhalten. Genau, das soll mein kleiner Beitrag zum Thema Tag der Handschrift zumindest YouTube-seitig gewesen sein. Auf Instagram werde ich auch noch was veröffentlichen in Kooperation mit der Firma Hahnemühle. Und genau, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch für das Zusehen bedanken. Ach ja, preislich noch kurz. Wir liegen bei dem Kugelschreiber bei 149 Euro. Bei dem Füller liegen wir bei 499 Euro und bei dem Tintenroller bei 249 Euro. Das ist natürlich nicht wenig Geld, das muss man sagen. Aber man hält hier was sehr, sehr Wertiges in der Hand. Und gerade auch eine 18 Karat Goldfeder ist was Schönes, ja. Die Schreibgeräte sind verarbeitet 1a. Hahnemühle hat mit den Schreibgeräten ein Statement gesetzt. Und nicht nur mit den Schreibgeräten, sondern auch mit den Notizbüchern oder mit den anderen beiden Editionen der Schreibgeräte. Also, da hat Hahnemühle auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch noch mehr erwarten können von der Firma. Und ich freue mich drauf auf diese Zeit. Genau, jetzt möchte ich mich aber bei euch allen bedanken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.